Ja moin zusammen, schönen guten Tag und ich hoffe ihr verglüht da draußen nicht. Ich bin hier gerade im Arbeitszimmer und es ist immer noch so unendlich heiß. Ich gehe jetzt gleich mal rüber, da ist ein bisschen kühler, weil Durchzug ist. Hinter mir, das rote Ding da, das ist das Fenster und ich darf es nicht aufmachen, weil ich sonst so laut bin und die Nachbarn sich beschweren. Yes, ich freue mich riesig, gerade dieser Sommer. Echt großartig für mich, wenn ich das Fenster nicht aufmachen kann. Jedenfalls, was ich euch kurz noch mitteilen wollte, deswegen jetzt der kurze Vlog noch. Heute ist der letzte Stream um 20 Uhr und da seid ihr natürlich sowieso alle wieder mit dabei. Würde ich mich riesig drüber freuen. Und ja, ab morgen ist Urlaub, also theoretisch ab dem 5. ab Sonntag, aber morgen ist ja bekanntlich Samstag, das streame ich ja nicht, von daher ab morgen bin ich weg. Eine Woche, auf Twitch nicht mehr zu sehen, da läuft aber dann immer wieder mal der Wodcast, mal ein paar andere Folgen und so weiter. Und ja, wir sehen uns auf jeden Fall hier auf YouTube, denn da kommen nämlich einen Haufen Vlogs. Ich fahre ins Allgäu für die Leute, die es noch nicht wussten und besuche meinen Vater, meinen besten Kumpel, meine beste Freundin und meine Vergangenheit. Und ja, da gibt es ein paar Vlogs. Wir werden sicher auf den ein oder anderen Berg hochgehen. Da poste ich dann auch auf jeden Fall einiges auf Instagram. Link oben, wer da noch möchte, da war ich jetzt wirklich ewig inaktiv, gar nichts mehr gemacht. Und ja, sollte sich dann zumindest jetzt im Urlaub mal ein bisschen ändern. Also wer live dabei sein möchte, auf Instagram vorbeigucken, würde ich mich natürlich drüber freuen. Und ansonsten, ich versuche täglich einen Vlog zu machen. Ich bin mir nur noch nicht sicher, ob es klappt. Also spätestens alle zwei Tage auf jeden Fall und vielleicht dann einen großen am Schluss oder so. Muss ich mal gucken. Einziges Problem, was ich jetzt habe, ist, ich muss jetzt gucken, dass ich meine Schneidesoftware auf meinen Laptop kriege. Und ich habe keine Ahnung, wie der Code ist oder wo ich den herbekomme. Ja, denn ohne Schneidesoftware wird es ein bisschen schwierig. Ja, mal gucken, ich gebe Bescheid. Heute Abend sehen wir uns auf jeden Fall das letzte Mal um 20 Uhr im Stream. Da machen wir wieder ein bisschen Hardcore-RP, also sofern sich die Möglichkeiten ergeben. Wir sind ja kein Hardcore-RP-Server. Aber wir versuchen es trotzdem ein bisschen mit den Ermittlungen. Die sind ja in vollem Gange. Und ja, wer da dabei sein möchte, Polizei-RP ab 20 Uhr auf Twitch.tv slash miche-kortes-LP, dem einzig Wahn, dem Nutzlosen. Ja, whatever. Und ja, seid dabei. Letzter Tag heute, wir feiern ein bisschen und dann habt ihr eine Woche Urlaub vor mir. Außer auf YouTube. Hier geht es steil. Hier geht es wieder weiter. Ansonsten wollte ich eigentlich noch Musik aufnehmen. Ich bin so nutzlos. Habe ich nicht gemacht. Mache ich vielleicht morgen. Mache ich das morgen? Klar mache ich das morgen. Ja, auf jeden Fall. Ne, was ich jetzt dann noch machen werde, ist auf jeden Fall ein Best-Off noch schneiden. Das kommt, denke ich mal, so Mittwoch oder so. Vielleicht an einem Tag, wo es dann kein Vlog gibt, dass ich da ein Video habe für euch. Also Best-Off kommt auf jeden Fall im Laufe nächster Woche. Vom Server Best-Off natürlich. Kein Vlog Best-Off oder sowas. Und ja, hoffe, ihr freut euch drauf. So, und jetzt Däumchen und genießt die Sonne. Tschüss. Danke fürs Zugucken und so. Tschüss. 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 Tschüss.